Wie bitte? Kam das legendäre Wow-Signal von einem Raumschiff? Das war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Wow. Im August 1977 registrierte ein US-Teleskop ein extrem mysteriöses Signal, stärker als alle anderen Signale zuvor. Bis heute rätseln Fachleute. Jetzt will ein Wissenschaftler den Ursprung des Wow-Signals endlich entschlüsselt haben. Clixoom Science & Future gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst der Nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Unser Podcast in den Top 10 Wissenschafts-Podcasts. Hammer. Hätte ich so nicht erwartet. Und jetzt gibt es ja den Podcast mit Mehrwert. Also ich erzähle, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Immer noch ein bisschen mehr zum Thema. Also hier unterm I geht zum Podcast und vergesst das Abonnieren nicht. Der Link ist auch in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar. Es handelt sich wohl um eines der mysteriösesten Signale, die wir Menschen bei unserer intensiven Suche nach außerirdischen Zivilisationen jeweils eingefangen haben. Und jetzt könnte sein Ursprung möglicherweise gelöst sein. Die Rede ist vom sogenannten Wow-Signal, das der Fachwelt bereits seit 44 Jahren Kopfzerbrechen bereitet. Nun hat sich der US-Physiker James Benford ausgiebig mit dem Rätsel beschäftigt. Dazu hat er alle bereits vorhandenen Daten neu ausgewertet und seine Hypothese ist wirklich spektakulär. Er geht davon aus, dass das geheimnisvolle Signal von einem Energiestrahl stammt, mit dessen Hilfe eine außerirdische Zivilisation ein Raumschiff antreibt. Diese Idee ist alles andere als abgefahren an diesem Konzept, um Objekte im Weltall zu bewegen, tüfteln auch Raumfahrt-Ingenieurinnen und Ingenieure auf der Erde. Sie haben den Plan, Miniatursonden zum Zwergstern Proxima Centauri und dem dort Sterne nächsten Planeten zu senden. Die Segel dieser Miniatursonden könnten mit Lasern von der Erde beschleunigt werden. So oder so ähnlich könnte auch das Raumschiff der außerirdischen Zivilisation angetrieben werden. Steckt also außerirdisches Leben hinter dem mysteriösen Wow-Signal? Wie genau der US-Physiker auf diese Hypothese kommt und was dahinter steckt, darüber spreche ich in diesem Video. Eingefangen wurde das Wow-Signal im Jahr 1977 vom SETI-Forscher Jerry Eamon und zwar mit Hilfe des Big Ear Teleskops der Ohio State University. Ganze 72 Sekunden konnte das rätselhafte Signal eingefangen werden, das aus dem Sternbild des Schützen kam. Etwa 12 Grad südlich der Scheibenebene der Milchstraße und 19 Grad östlich des galaktischen Zentrums. Das Radiosignal auf 1420 Megahertz war damals wirklich aufregend für die gesamte Fachwelt, denn es entspricht der Frequenz, die nicht nur Fachleute, sondern auch Laien weltweit besonders ins Visier nehmen und zwar bei der Suche nach intelligenten außerirdischen Signalen. Denn klar ist, Wasserstoff ist das Element, das im Universum am häufigsten vorkommt und Energie nicht nur absorbiert, sondern auch aussendet. In der Fachwelt ist von der sogenannten H1-Linie die Rede. Diese Wasserstofflinie bezeichnet die charakteristische Radiostrahlung des neutralen Wasserstoffs. Und so notierte der Astronom Jerry Eamon auf seinen Daten ein einziges Wort Wow. Fest stand jedenfalls schnell, dort wo es herkommt, befindet sich kein auffälliger Stern, stattdessen nur sehr weit entfernte und schwache Sterne. Seit diesem Tag, dem 15. August 1977, rätseln Fachleute also, woher dieses Signal kommt. 30 Tage lang suchten die Fachleute immer weiter an derselben Stelle, aber das Signal hat sich seitdem nie wieder wiederholt. Auch die Frage, ob das Signal schon am Tag zuvor oder bereits seit längerer Zeit da gewesen war, ist noch offen. Und es sind wirklich viele und deutlich empfindlichere Radioteleskope, mit deren Hilfe man sich seitdem auf die Suche nach einer Wiederholung des Signals gemacht hatte. Doch bislang leider erfolglos. Weder dort noch an einer anderen Stelle des Himmels wurde noch einmal etwas Vergleichbares gefunden. Relativ klar scheint aber zu sein, dass es sich eher nicht um ein natürliches irdisches Signal handelt. Dafür sprechen einige Punkte. Unter anderem spricht die Länge von 72 Sekunden dafür, dass das Signal mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Weltraum kommt. Denn dabei handelt es sich genau um die Zeit, die eine Radioquelle am Himmel aufgrund der Erdrotation benötigt, um sich durch den Empfangsbereich der Antenne zu ziehen. Von einer irdischen Quelle würde man eher ein konstantes Signal erwarten. Ein Flugzeug dagegen würde sich wohl deutlich kürzer als rund 70 Sekunden im Empfangsbereich aufhalten. Was dazu kommt? Der Frequenzbereich um die sogenannte H1-Linie ist für die Radioastronomie geschützt und kein zugelassener Sender benutzt ihn. Auch kosmische Partikel die eine Störung im Empfänger auslösen können, scheiden wohl aus. Denn auch dafür sind die 72 Sekunden viel zu lang. Zudem würde man hier auch ein anderes Profil erwarten und nicht das gemessene charakteristische Glockenkurvenprofil. Die Liste der möglichen Ursachen ist also lang, doch Fachleute weltweit konnten bisher vieles davon ausschließen. Planeten und oder Asteroiden, Wasserstoffgas oder auch Satelliten konnten bisher mit absolut sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Jetzt gibt es eine neue mögliche Erklärungsmöglichkeit und die stammt eben von dem US-Physiker James Benford. Zwar hat er keine neuen Signale aufgespürt, doch die alten Daten des Wow-Signals noch einmal genauer ins Visier genommen und demnach scheint es gar nicht abwegig zu sein, dass das mysteriöse Signal Achtung von einem außerirdischen Raumschiff stammen könnte. Konkret könnte das Signal Benford zur Folge von einem Energiestrahl stammen. Dieses könnte von einer außerirdischen Intelligenz genutzt werden, um sich mit Hilfe eines Raumschiffes vorzubewegen. Ein Konzept, das auch auf der Erde bereits ausgetüftelt wird. Konkret denken Fachleute darüber nach, mit Hilfe von Lasern das Proxima-Zentauri-System zu erreichen. Bereits vor fünf Jahren, 2016, hat der US-Physiker Philipp Lubin vorgeschlagen, Sonden mit Hilfe gigantischer Sonnensegel so stark zu beschleunigen, dass sie interstellare Entfernungen in überschaubarer Zeit überbrücken können. Wenig später wurde das Projekt Breakthrough Starshot ins Leben gerufen, das sich genau dieser Vision widmet. Mit dabei waren und sind auch Mark Zuckerberg, Stephen Hawking und der Harvard-Physiker Ivy Loeb. Abraham Loeb, den haben wir ja hier auch bei Clixoom interviewt. Auch bei der NASA gibt es Überlegungen dazu. Zwei deutsche Wissenschaftler hatten vor einiger Zeit dann auch eine Idee entwickelt, wie solche Weltraumsonden nicht nur in kurzer Zeit unseren Nachbarstern Alpha-Zentauri erreichen könnten, sondern dort dann auch abbremsen könnten. Das war bislang nämlich noch eine echte Herausforderung. Die Sonde, die von den beiden Max-Planck-Forschern vorgeschlagen wurde, könnte dank ihres Sonnensegels mit fast fünf Prozent der Lichtgeschwindigkeit Alpha-Zentauri oder Proxima-Zentauri anpeilen. Die beiden Sternensysteme liegen ja beieinander. Dank der Strahlung der Sterne könnte sie vor Ort auch abbremsen und dann dort im System bleiben. So könnte sie dann eben sogar zu Proxima-Zentauri und den Exoplaneten gelenkt werden. Riesige Laser von der Erde aus könnten die Sonden auf einen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. In manchen Studien ist hier von fünf, in manchen von 20 Prozent die Rede. So könnte das Proxima-System jedenfalls in nur rund 20 Jahren erreicht werden und das gilt auch für Alpha-Zentauri. Bei seiner Analyse hat James Benford drei Merkmale des mysteriösen Wow-Signals ins Visier genommen. Die Frequenz, die Dauer des Signals und die Leistungsdichte. Der Physiker fasst in seinem Bericht zusammen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Signal seinen Ursprung auf der Erde also bei uns Menschen hat. Denn das Signal wurde in einer Bandbreite gesendet, die eben international offiziell geschützt ist und in der irdischen Emissionen untersagt sind. Weiterhin kommt Benford zu dem Ergebnis, dass das Wow-Signal tatsächlich zu den stärksten spezifischen Signalen gehört, die von Menschen jemals eingefangen werden konnten. Das Signal habe das Hintergrundrauschen laut Benford's Analyse auf seinem Höhepunkt um das 32-fache überschritten. Und ein weiterer Punkt, den der Physiker festhält, das Big Ear Teleskop war zur Zeit der Ortung mit der Erdrotation gekoppelt. 38 Sekunden wurde es demnach mit dem Antennenstrahl geortet, also nicht nur empfangen. Und diese Dauer entspricht auch der Dauer, die Fachleute bei einer Bewegung himmlischer und astronomischer Quellen erwarten würden. Aber auch an dieser Stelle muss noch einmal festgehalten werden, dass nicht klar ist, wie lange das Signal tatsächlich stattgefunden hat. Und das ist noch nicht alles in der aktuellen Analyse von James Benford. Er hat sich einen weiteren Aspekt genauer angeschaut, und zwar die Quelle des Signals, die in weiter Entfernung verortet wird. Dass das Signal seit seiner Entdeckung vor vielen Jahren danach nie wieder aufgespürt werden konnte, deutete er als Hinweis darauf, dass seine Hypothese stimmen könnte. Dazu schreibt er, sollte das Signal tatsächlich einem Energiestrahl entstammen, der eine Sonde von einem Planeten zu einem fernen Stern beschleunigte, so befand sich der Ursprungsplanet zu dieser Zeit vermutlich bereits weit von der Sonde selbst entfernt. Auf diese Weise könnte die Erde zufällig ein Energieleck dieses Strahls abbekommen haben, da sich Sterne schließlich relativ zueinander bewegen. Ein neuer und vielversprechender Ansatz also für die Suche nach außerirdischem Leben. Denn klar ist, ein Energiestrahl, der interstellare Sonden oder gar Raumschiffe antreibt, ist vergleichsweise einfach aufzuspüren. Deswegen fordert James Benford weitere Durchmusterungen des Sternenhimmels im Laser- und Mikrowellenbereich. Er ist optimistisch, weitere Energielecks und damit Indizien für außerirdisches Leben aufzuspüren. Wir bleiben natürlich dran am Thema und mehr dazu gibt es jetzt hier auf die Ohren im Podcast. Also anklicken, anhören und abonnieren einen der zehn Top-Wissenschafts-Podcasts, einen der zehn Top-Wissenschafts-Podcasts, klickst du um Science in the Future. Also unbedingt mal anhören. Bis dann, bleibt dran.